Moin Leute, zurück bei OutRires und in der nächsten Mission enge Bundle suche das Dorf nach deinem Team mit Escanot zusammen, die helfen mir sehr gut und jetzt muss ich mal kurz noch, glaube ich, einen Punkt verteilen. Ich rede mal im Kurs mit ihm. So, warte, ich muss noch kurz kommen, ob ich noch irgendeinen Fähigkeitspunkt habe. Habe ich nicht. Ich habe doch einen Aufstieg gehabt gerade. Das verstehe ich gerade nicht. Na egal. Weiter geht's. Los geht's. Sicher, dass sie noch leben. Ja, aber schnell. Die Brutalos wird knarren. Hast du sie schon mal gesehen? Wer sind sie? Sie sind Feuer. Hass. Blut. Sehr blöd. So ein bisschen. Ja, warte. Hätte ich halt einen Satz schon gehört, weil ich weiß es gleich. Ich habe einen Satz schon gehört in meiner Seite. Oh, je. Das war's. 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 Das sind eigentlich nur blaue Teile. Das war's. 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 Oh, das war's. 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 Oh, oh, oh. Yeah. Dahinten müssen wir ganz hin. Warte mal. So, ich hab auch was neues gekriegt hier. Oh, cool. 2000er wert. Das ist ja schon mal ein Schick. 6000er wert. 9000. Mal rein. Ah, wird das hier rein? Das ist ja blöd. Ah, 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 ah. Der Sturmgewehr, schau. Warte mal. Wie schießt das? Egal. Das andere Ding ist nicht besser. Ich muss noch, aber verantworten die mal im Kurs, die auch ein bisschen hilft. Das ist, äh. So. Ich glaub so geht das. Hopp. Hm, hm, hm. So, guckst noch. Das kann weg. Warte mal. Das kann weg. Das kann weg. Warte mal. Das kann weg. Das kann weg. Ich glaube. Das kann weg. Das kann weg sehen. Ich kann wieder die andere ran Ich kann wieder die andere ran Ja Ist der irgendwie fest oder so? Ja Alter der alte Glitcher Jetzt fängt er doch schon die KI an zu glitchen Alten Cheater Kommen wir wieder raus oder was? Ich glaube schon, ne? Ja Öffne ich da rein? Was zum Teufel Hey! Sie haben Chana Zu den Feuergruben Nein! Ah fuck! Verrückt verdammt! Ich warne euch! Leck mich da! Ja! Schana! Schöne! Schöne aus, ihr Hans-Bersen! Komm mal, ich bin ein bisschen zu sehen. Schöne! 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 Oh, nein! Jakob! Festhalten, Tanna! Du machst mir nichts als ärgerweise! Nein! Nein! Schöne! Bring die anderen hier raus! Los! Das war ein langsamer Wurf. Und jetzt zu uns, du Fixer! Ja toll, ich würde noch mal eine andere Waffe reinnehmen. Ich habe gar noch eine bessere gekriegt. Jakob! Was ist der? Jagard! Uh! Jagard habe ich fast gekillt! Ey! Was ist das denn jetzt? Oh! 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 kann man von dem gleich weglaufen oder was da geht er voll ab ja das war dran gewöhn hier, moment, warte mal eben bevor wir jetzt wieder da reingehen ich muss noch die höheren Waffen wieder nehmen das ist ja wieder doof die nehme ich mal rein das war so wie es ist so wie es ist so wie es ist der hat mich direkt attackiert hier und so voll rauf das meine ich ja wie kommt der hier, kann der hier so ab und über springen ja ey was ja 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 dass er mich angreift hier blitze das ganze nur am kreis triggern ja 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, ich spiele wieder durch die Gegend hier Nein Warte, 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 warte Warte, 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 warte Warte, 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 warte Warte, 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 warte Alter Hey, hey, hey Hey, hey Wie bist du das, was macht denn der, ey? Die haben scheiß Schildschen wie der Gegner, ne? Kriegt er eigentlich auch seine eigenen Leute? Ne, ne? Oh, scheiße. Wie, wie, wie? Ich stand da unten. Achso, der ist da unten. Achso, der ist da unten. Achso, der ist da unten. Achso. Na, ja, die haben es ein bisschen schlecht gedeichselt mit den mehr Leben und so. Oh, ich hab Donnerfo gekriegt. Oh, ganz viel Loot. Oh, oh. Äh, cool. Äh, warte, ich guck die прям han. Das ist Donnervogel, Sturmgewehr, selten als legendär. Ja, hab ich gerade ausgerüstet. Ja. Achso, warte. Ich schieße. Äh, äh. Ja. Ja, ähm. Die anderen Sachen muss ich mir auch mal kurz angucken. Äh, zu spät. Ich dachte, die alte Kakerlake überlebt alles. Mama sagte immer, er wäre der letzte lebende Outrider auf Enoch. Selbst die Carable-Katastrophe hat er überlebt, damals auf der Erde. Typisch. Warum? Warum er? Was war sein Schutzzauber? Ich hab gedacht, es wäre, weil er sich um Scheiß kümmerte. Und das beschützte ihn. Naja. Ich... denke, am Ende kümmerte es ihn wohl doch mehr als gedacht. Nun, gut. Glaubt man das? Der Räderstuhl des alten Mannes ist doch, äh... ganz praktisch. Je weiter wir kommen, desto schlimmer wird's. Wenn jemand umkehren will, dann jetzt. Aber ich weiß, was zu tun ist. Ich finde das Signal. Du wirst einen Fahrer brauchen. Geh. Geh zum Lager zurück. Ach so, aufschluss, warte mal. Sag Bescheid, wenn du so weit bist. Wir müssen nichts überstürzen. Verdammt, ich bin bereit. Jakob hat nie an meine Vision geglaubt. Die im Garten. Was ist das? Interessant. Warte mal, kann ich hier irgendwo auch verkaufen und so? Äh. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, was ich hier hat jetzt. Na. Jetzt muss ich mal gucken, was ich ob alles gekriegt habe hier. Das ist also hintereinander bei mir. Mhm. Mhm. Dann kommt der Rest weg, kann oder nicht? Ich glaube aber schon. Wir haben was über 9600 noch. Nein. Dann hab ich den Rest gleich alles weg. Dann verkaufe ich den Kram. Da. Ähm. So, mich schneller zu markieren? Ne. Ich hab das gar nicht verdient. Aber. Alter. so viel schützt und die muss man schon gut ist nicht verkaufen ich will die leichten ist mit weiter das ist ein stopp so dass wir gewandt werden die lehrt bei der nächsten bis zum nächsten wird und hier auch so kann es gehen war ja doch ganz gut gegen Jarak oder wie der auch hieß und ja, probiert es aus und wenn er nicht weiterkommt, spielt alleine, dann ist es einfacher so sieht es nämlich aus, aber macht weniger Spaß reingehauen, bis zum nächsten Mal und danke an Escanow fürs Helfen, tschüss